Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.300 West-Dollar. Wir sehen wenig Bewegung. Also eigentlich haben wir ja gedacht, okay, wir haben jetzt hier unsere 1-Stunden-Supply-Zone, haben wir mittlerweile durchbrochen. Und trotzdem hatten wir keinen Short-Squeeze. Also es ist im Endeffekt doch nicht so gekommen, wie vielleicht viele gedacht haben. Wir sind zwar durchgekommen durch diese 1-Stunden-Supply-Zone, aber es kam halt auch hier überhaupt kein Kaufvolumen rein. Also ihr seht hier, wir gehen im Endeffekt weiterhin komplett seitwärts. Wir haben im Endeffekt eine riesige Range hier. Es hat sich wenig geändert. Unser ehemaliger Monats-Pivot hier scheint immer noch ein bisschen Widerstand zu sein. Wir kommen hier nicht wirklich drüber. Direkt darüber liegt dann auch noch der Monats-Pivot. Also unser aktueller bei ungefähr 39.700 und hier auch noch eine 1-Stunden-Supply. Also es gibt momentan anscheinend viel, viel zu wenig Käufer, die, sage ich mal, den Markt beeinflussen können. Wir können uns jetzt auch gleich nochmal das Fibonacci-Retracement-Level noch dazuziehen. Das sehen wir nämlich auch gleich noch. Unser Golden Pocket befindet sich dann nämlich auch noch in diesem Bereich, wo unser Monats-Pivot sich noch befindet. Das heißt, hier ist eine Menge, Menge Widerstand. Um da jetzt wirklich durchzukommen, brauchen wir wirklich mal einen impulsiven Move hier drüber. Vielleicht hier in dem Bereich von ungefähr 41.000 US-Dollar. Dann das Golden Pocket bestätigen und dann den Trend nach oben hin fortsetzen, beziehungsweise erstmal einen richtigen Trend bilden. Weil momentan ist es hier eine absolute Sidewärtsphase. Es gibt keinen wirklichen Trend, wo ich jetzt sagen würde, okay, ja, wir sind jetzt hier absolut Bullish momentan. Wir haben einfach viel zu viele Widerstände noch über uns. Sidewärtsphase, kein Volumen. RSI hat zwar jetzt ein bisschen abgekühlt im 1-Stunden-Chart zumindest, wir können uns aber gerne nochmal den 4-Stunden-Chart angucken. Da sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. Ich zoome mal noch ein bisschen ran. Da ist eigentlich kaum Veränderung. Wir sind weiterhin relativ weit oben bei ungefähr 53.000. Wir bestätigen jetzt momentan die 4-Stunden-Email-Ribbons. Wir haben unter uns weiterhin hier bei ungefähr 36.000 US-Dollar weiterhin noch unsere dicke, dicke Demand-Zone. Also da sind mehrere Demand-Zonen, 4 Stunden, ich glaube 6 Stunden, 2 Stunden und so weiter. Bricht diese, ist weiterhin möglich, dass wir in den Bereich von 33.000 bzw. 32.000 US-Dollar fallen. Natürlich gibt es auch weiterhin noch die Wyckoff-Möglichkeit, dass wir jetzt im Endeffekt hier diese, ich glaube, AR-Phase hatten. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Schaut bei Fatih vorbei, der guckt sich das ein bisschen genauer an. Dass wir hier ein höheres hochgebildet haben und jetzt diesen Abverkauf sehen, tieferes Tief bilden. Im Endeffekt dann auch übergeordnet einen doppelten Boden. Wäre es meines Erachtens weiterhin wünschenswert, dass wir einfach einen doppelten Boden hier bilden. Dann hätten wir wenigstens eine wirkliche Trendumkehr in den nächsten Tagen. Und dann könnten wir vielleicht mit doppelten Schwungen über den Monats-Pivot kommen und dann die Reise nach oben hin endlich mal starten. Und ansonsten zieht es momentan, zumindest bei Bitcoin, schwer aus. Es gibt keine richtigen Impulse. Volumen deutlich abnehmen. Ihr seht hier theoretisch, seit diesem Crash hier drüben oder seit dem Abverkauf. Absolut abfallendes Volumen. RSI, absolut Seitwärtsphase. Die Kurse Seitwärtsphase. Und wenn wir einen Rebound sehen wollen, also im Endeffekt, wir hatten ja hier unten einen kleineren Rebound nach oben hin. War aber wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir hatten auch hier kein krasses Kaufvolumen, wo wir sagen, okay, das war jetzt der Boden. Hier sind die Leute eingestiegen und haben den Kurs nach oben gepusht. Das sieht man hier einfach nicht. Im Endeffekt, wir haben hier eine komplette Seitwärtsphase. Es tut sich überhaupt nichts. Wir bräuchten jetzt wirklich wahrscheinlich nochmal diesen Rebound nach unten hin. 32.000, 33.000 US-TL, von dem wir seit Tagen im Endeffekt sprechen, um wirklich wieder Käufer reinzukriegen, die dann hier den Kurs kurz drunter pushen, ein tieferes Tief bilden und dann vielleicht rasch aufgekauft werden, damit wir hier wirklich einen impulsiven Move sehen. Weil impulsiv ist hier überhaupt nichts. Es ist im Endeffekt weiterhin eine komplette Seitwärtsphase. Es hat sich überhaupt nichts geändert an dieser gesamten Situation. So, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, gleiches Spiel. Wir haben zwar beide roten Widerstandslinien durchbrochen, teilweise sogar bestätigt, also die obere bestätigt. Aber auch hier ist wirklich nichts impulsiv. Wir haben hier wirklich diese Zone. Wir haben den Pivot bestätigt, den alten, sind dann nach oben hin gebounced, aber es war halt nur ein minimaler Bounce. Kein Volumen hier, überlegt mal sogar hier, dieses Volumen war geringer als hier drüben. Also es ist nichts wirklich passiert hier. Langsamer Anstieg, da drüber ist jetzt schon die Supply und nichts passiert. Also wir bräuchten hier wirklich diese Impulsivität. Auch der RSI ist hier deutlich höher als bei Bitcoin. Wir sind ja mittlerweile bei 62, waren schon knapp bei 67. Also auch hier müssen wir aufpassen, dass wir hier vielleicht oder sehr wahrscheinlich noch mal mindestens den Bereich um 2600 US-Dollar sehen. Wenn nicht sogar hier unten dieser Key-Level-Bereich im Endeffekt bei 2300, 2400 US-Dollar. Oder noch tiefer und dann wirklich auch einen doppelten Boden bilden und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Also für mich ist es noch keine wirkliche Ausbruchs. Ich werde auch viel gefragt in der Telegram-Gruppe. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ja, jetzt Long oder Short oder was weiß ich was. Momentan ist es für mich keine klare Richtung. Klar, man kann Long probieren, man kann Short probieren, aber es ist für mich keine klare Richtung. Wo ich jetzt sage, ja, hier safe, Long, unbedingt diesen Rebound im Endeffekt traden. Aber das liegt einfach momentan nicht vor. Deswegen bin ich da noch ein bisschen Seitenlinie und ein bisschen vorsichtig. Wir sehen jetzt hier bei Adder, wir können es jetzt wieder ein bisschen weiter rüber verschieben, weil das haben wir jetzt schon ein paar Tage. Im Endeffekt jetzt genau das, was wir uns hier vorgestellt haben, ausgebrochen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons, antesten. Ob das jetzt wirklich ausreichend ist, auch hier abfallendes Volumen. RSI war schon relativ hoch. Wir könnten jetzt hier nochmal einen kleinen Rebound nach oben sehen. Vielleicht mit einem höheren Hoch und dann eine Bearish Divergence bilden. Wäre aber auch nicht das Gelbe vom Eis, sage ich jetzt mal, um ins Englische hier mal reinzukommen von gestern. Ja, wichtig, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons halten. Ansonsten gehen wir auch wieder in Richtung 1 Dollar. Es ist einfach momentan kein Volumen in diesem Markt. Schauen wir uns Polkadot an. Polkadot, abfallendes Volumen. Wir haben unsere Range hier verlassen, sogar bestätigt verlassen. Haben Probleme mit dem ehemaligen Pivot. Auch kein gutes Zeichen, zeugt jetzt nicht von Stärke. Auch hier kann es wieder möglich sein, dass wir in unsere Range wieder reinfallen. Volumen abnimmt. RSI relativ weit hoch. Zwar noch keine Bearish Divergence, könnte sich aber dann die nächsten Stunden anbahnen. Müssen wir mal im Auge behalten. Iota, weiterhin in der Range. Hat es nicht geschafft, diese Range zu verlassen. Tendiert hier aber um den 4 Stunden E-Mail-Ribbon. Auch hier. Ihr seht, abfallendes Volumen. Kein impulsiver Move nach oben. Darauf achte ich momentan. Wir können uns gerne mal Sand angucken. Sand war ja auch so metamäßig Coin. 1 Stunden Supply, die wir hier in diesem Bereich haben. Wir haben sie angetestet. Wurden sofort wieder abverkauft. Aber auch kein Abverkaufsvolumen. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Wir kriegen hier zwar ein bisschen mehr Volumen rein, als hier drüben in dieser ganzen Phase. Aber trotzdem, ich bin hier nicht wirklich überzeugt. Wir haben abfallendes Volumen, bilden aber höhere Hochs. RSI, Bearish Divergence. Also hier sieht es auch mehr wieder nach Reversal nach unten hin aus. Solange dieser Trend hier aber noch hält, ist noch alles okay. Die Frage ist, wie lange hält dieser Trend? Bei abfallendem Volumen, bei einer Bearish Divergence auf dem 4 Stunden Chart. Sieht einfach momentan nicht gut aus. Also ihr seht, es gibt nirgendwo diese richtigen Impulse, wo ich sage, ey ja, perfekte Long-Möglichkeit. Hier kann man reingehen. Ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Hier oben bei, wir hatten ja gestern Engine mal angesprochen. Wir haben hier weiterhin dieses Key-Level im Endeffekt, wo wir hier immer wieder als Support hatten. Da sind wir noch nicht mal hingekommen. Unser Up-Trend hält hier noch. Das haben wir gestern im Video besprochen. Dass es wichtig ist, dass wir zumindest hier diesen Up-Trend erst einmal halten. Aber auch das zeugt nicht von Schwäche. Wir haben auch hier schon eine Bearish Divergence und wir sind nicht mal wirklich viel hier gestiegen. Wir konsolidieren hier um die 4 Stunden E-Mail-Ribbons, um den Up-Trend. Aber wirklich viel passiert im Endeffekt nicht. Also passt wirklich auf mit Long-Positionen, passt aber auch mit Short-Positionen. Es kann jederzeit ein impulsiver Move reinkommen. Aber es sieht momentan einfach nicht danach aus. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Das muss man mal kurz nochmal korrigieren. Indien zurück zur Kryptowährung. Ja, im Endeffekt, ich kann diesen ganzen Mist im Endeffekt von Ländern, die es verbieten, nicht mehr ernst nehmen. Wann war es? Vor einem halben Jahr, drei Monaten, keine Ahnung. Indien verbietet Kryptowährung, Crash. Und dann jetzt wird es doch wieder erlaubt, zwar mit 30% Besteuerung. Und was passiert im Endeffekt? Nichts. Die Märkte juckt es nicht. Im Endeffekt, da sieht man einfach wieder, es sind einfach wieder nur, keine Ahnung, Selden-News. Was weiß ich was. Auf jeden Fall, Indien rudert ein bisschen zurück. 30% Besteuerung wollen sie machen, soviel ich jetzt nochmal rausgelesen habe. Wen der Artikel interessiert, ich poste ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Video hiermit. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um mich zu unterstützen. Ansonsten Telegram-Gruppe morgen Donnerstag. Boah, ist schon wieder Donnerstag, krass. Morgen Donnerstag, 19 Uhr habt ihr entschieden. Gibt es wieder einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Link werde ich euch dann noch alles reinstellen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Livestream, schickt es einfach unten in die Kommentarspalte. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, schreibt in die Telegram-Gruppe. Wir hören uns morgen wieder und wie immer, würde ich sagen, beenden wir das Video mit. Stay Crypto!